In Saline in Kanabrien besuchen wir den Sitz des Kohle-Jahr-Komitees Vedere Chiaro, auf Deutsch klar sehen. Mit Stolz zeigt man uns die T-Shirts, welche die Demonstranten in Chur getragen haben. Das Kraftwerk ist kein Monster. Das Gras wird nicht absterben und auch nicht alle Fische im Meer verenden, wie die Kohlegegner sagen. Übertreibungen. Die Leute aber glauben daran. Die Reise zur Demonstration nach Chur sei von den Reisenden organisiert und selbst finanziert worden. Von Repower sei kein Geld geflossen, wie die Gegner vermuten. Das Ja-Komitee sei unabhängig. Eine direkte Finanzierung des Komitees hat es nicht gegeben und wird es nie geben. Wir kämpfen nur mit unseren Kräften gegen Lügen und Desinformation zum Kraftwerkprojekt. spending in Imper naval什麼. Das ist das되有點 wie intelligent. Das sind dieherische Kriegen die Welskre